Bürgerpreis 2006 Der Verein Kiel Kreativ e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, benachteiligte Jugendliche aus sozial schwachen Familien besser in die Gesellschaft zu integrieren. Das Projekt Jugendkunst KREA für Kiel bietet ihnen eine anspruchsvolle künstlerische Ausbildung, um Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu stärken. Gerade durch die Kunst geben wir diesen Jugendlichen auf jeden Weg, sich auszudrücken, Dinge rüberzubringen, die sie anders gar nicht mehr rüberkriegen können, eventuell weil ihnen keiner zuhört, eventuell weil ihnen die Sprache fehlt und eben auch, weil über die Kunst erreicht werden kann, dass ihnen Respekt gezollt wird. Das Projekt ist in vier verschiedene Gruppen unterteilt. Die Jugendlichen können sich in den Bereichen Theater, Tanz, Musik oder bildende Kunst verwirklichen. Jede Gruppe besteht aus ca. 15 Teilnehmern, die von einem professionellen Künstler geleitet und dabei von Sozialpädagogen und Kulturmanagern unterstützt werden. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Jugendlichen nicht nur gefördert, sondern vor allem gefordert werden, indem sie in die Organisation und Entscheidungen eingebunden werden und so lernen, Verantwortung zu übernehmen. Nach dem Vorbild der bereits seit 1993 erfolgreichen Organisation CREA in Argentinien will der Verein Kiel Kreativ e.V. auch hierzulande Jugendlichen helfen, ihren Platz in der Gesellschaft selbstbewusst einzunehmen. Also, wenn sie in die Organisationen verabschieden, sie verabschieden, sie versuchte ganz verschöpfung, ihre legge, die von der Gesellschaft selbstbewusst einzunehmen. muss man mehr sagen, sie verabschieden, sie verabschieden, sie verabschieden, sie verabschieden. Was immer noch interdisciplinary ist, ist das ein Neue Grunde, und sie verabschieden, sie verabschieden, sie verabschieden. Vielen Dank.